Die Friedensmeditation, Erlebnismeditation in eine innere, friedvolle Welt mit der Farbe Blau. Schließe deine Augen jetzt, um noch mehr bei dir anzukommen. Lass deinen Atem ganz ruhig fließen. Es atmet dich, du brauchst nichts zu tun. Erlaube deinen Körper, sich zu entspannen und gib dein ganzes Gewicht an Mutter Erde ab. All deine Gedanken dürfen jetzt zur Ruhe kommen und du lässt deinen Geist absinken in dein Herzzentrum. Indem du die Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum lenkst und liebevoll Platz nimmst in deinem heiligen Raum, in der Brustmitte. Hier ist reinste Liebe zu Hause und absoluter Frieden und Stille. Öffne dein Herz ganz weit, indem du dir jetzt vorstellst, dass eine blaue Kugel in deinem Herzzentrum ist. Blau die Farbe des Friedens. Jetzt lass die blaue Kugel immer größer und größer werden. Sie ist gefüllt mit der Energie des Friedens. Immer größer und größer wird die blaue Kugel. Und sie dehnt sich aus in deinem Herzraum. Und während sie über den Herzraum hinauswächst, öffnet sich dein Herz in alle Richtungen. Alles ist blau, blaues Licht. Die Kugel wird größer und größer. Wandert langsam über deinen ganzen Körper. Dass dein ganzer Körper in blaues Licht getaucht wird. Die Kugel wird noch größer. Der Frieden dehnt sich aus. Über deinen Körper hinaus. In den ganzen Raum. blaues Licht. Dein ganzer Körper strahlt im blauen Licht. Das blaue Licht durchdringt jede Zelle. Deine Zellen beginnen in der Schwingung des Friedens. Jetzt zu schwingen. Ganz ruhig. Vollkommen ruhig. Entspann. Du beginnst jetzt in dieser blauen Kugel dich abzuheben. Du steigst höher und höher. Du steigst höher und höher. Aus dem Raum hinaus. Höher und höher. Du verlässt mal für kurze Zeit den Alltag. Dein Zuhause. Dein Zuhause. Und gehst in den absoluten Frieden und die Stille. Du steigst höher und höher hinauf. Du kommst dem Himmel immer näher und näher. Du tauchst jetzt in das Blau des Himmels ein. In das Blau des Himmels. In das Blau des Himmels. Du bist jetzt in das Blau des Himmels. In das Blau umgibt dich. Du bist vollkommen in Frieden und in der Ruhe. Ganz ruhig. Frieden. Stille. Körper, Geist und Seele sind durchdringen mit blauem Licht. Und schwingen in Frieden. Mach dir jetzt bewusst, ob du mit dir selbst in Frieden bist. Jetzt in diesem Moment. Du erinnerst dich. Es gibt nur diesen Moment. Nicht gestern, nicht morgen. Das zeigt dir dein Atem. Du kannst nicht gestern atmen und nicht morgen. Nur jetzt. Und du bist jetzt in Frieden. Und du bist jetzt in Frieden. Mit den Menschen, um dich herum bist. Mit der Welt. Mit deinem Leben. Und lass dir das Licht des Friedens, das Blau. zu den Menschen fließen oder in die Situation, wo du noch nicht in Frieden bist. Mit den Menschen fließen. Entfangen 2011. Wunderbar. Und jetzt sinkst du wieder in deiner blauen Kugel aus dem Blau des Himmels herab. Kommst immer mehr zurück. Du siehst schon den blauen Planeten Erde unter dir. Und kommst der Erde immer näher und näher. Bis du ganz wieder auf deinem Platz angekommen bist. In deinem Raum, umhüllt von der Farbe Blau des Friedens. Die Kugel wird kleiner und kleiner, bis du sie wieder in einer kleinen Größe in deinem Herzraum wahrnehmen kannst. Und jetzt spüre deinen Körper wieder und deine Füße. Öffne deine Augen und nimm den Raum wieder wahr. Und lass ganz einfach in Frieden alles los. Ja. 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 Ja.